Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute zeigen wir euch ein paar 1 gegen 1 Übungen, die ihr im Spiel anwenden könnt. Kommen wir zur ersten Übung, zur Körpertäuschung. Wie der Name schon sagt, ist das eine Täuschung. Lionel Messi benutzt den Trick sehr oft und der Trick ist auch sehr effizient. Nummer 2, ihr spielt den Ball links und geht rechts vorbei. Das ist ein ganz guter Trick, wenn ihr mit viel Tempo kommt. Ihr spielt den Ball links und geht rechts vorbei, damit sich der Spieler komplett umdrehen muss. Und jetzt zur dritten Übung, la croqueta. Bei diesem Trick ist das Timing sehr wichtig. Ihr läuft auf den Spieler zu, wartet bis der Spieler zusticht und dann macht ihr den Trick. Übung Nummer 4, der einfache Übersteiger. Beim Übersteiger muss die Täuschung so glaubhaft wie möglich sein. Ihr dürft den Übersteiger aber auch nicht zu spät und auch nicht zu früh machen. Übung Nummer 5, mein Favorit, der Lukas Späck. Dieser Trick eignet sich sehr gut, wenn beide Spieler stehen. Ihr täuscht den Sprint auf eine Seite an und dann geht er auf die andere. So Leute, begesst uns nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Danke. So Leute, das war's mit dem Training. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Bis dann.